Servus, ich bin Dario Wiesinger, ich bin 24 Jahre alt, bin Sturmer, komme von Vosberger AC und freue mich auf den Challenge. Ich möchte einen neuen Challenge in der Karriere geben, also ich denke, dass dieser Klub, diese Liga, sehr gut für mich ist. Ich hoffe, dass es so ist und ich mache alles, was gut ist und wir machen alles gut. Ich bin nicht ein typischer Sturmer, der nur in der Front ist. Ich möchte, dass ich den Ball mehr mit dem Ball in den Legen spiele. Wir sehen uns, was die Erwartung von der Klub ist und wir machen, was der Klub sagt.